ja herzlich willkommen liebe leute zu einer weiteren folge song of horror bei mir mac mo jo leute das letzte mal haben wir uns schon mit ernest dort in der abtei umgeguckt wir leben noch wir sind nicht gestorben könnte so weiter gehen hoffe ich auch mal servus leute ja das bedeutet wir machen da jetzt einfach weiter wir hatten das letzte mal so ein pflanzenrätsel das war ultra kompliziert ich habe noch keine ahnung wie wir das lösen sollen ich hoffe wir finden noch hinweise aber es gibt ja noch paar sachen die untersuchen können und da werden wir gleich loslegen also gut legen wir los leute auf geht's so mit mal wir waren doch hier schon drin wie eigenartig aber okay aber wohl nicht gespeichert obwohl ich gespeichert habe das letzte mal sind wir hier schon rein und dann gab es noch mal dieses beben ja es kommt wieder ja genau na dann halt noch mal alter kommt schon hat mir schon das letzte mal und ehrlich gesagt wenn es hier so b finde ich das überhaupt nicht so gar nicht ein bisschen du weißt du wieso es hört wieder auf also der effekt ist naja so wir haben hier mehrere türen gesehen und natürlich den abt in der mitte hat er nicht schon ein schlüssel nimm doch den schlüssel das ist also der silberschlüssel nichts anderes von dieser armen seele dass ich mich halt frage sollten wir die tür öffnen okay das machen wir vielleicht gleich aber schauen wir erstmal hier rein mal kicken ja immer die gleichen mechaniken okay das ist zu da kommen wir nicht hin bin mal gespannt ob wir dieses spiel noch beenden werden oh hier ist noch was ein triptychon von der kreuzigung jesu ja dann fern noch mal ist das eine gute idee vielleicht stimmt jetzt der nächste charakter naja wir kommen durch also ich hoffe es ist kein fehler jetzt da rein zu gehen okay woher haben wir sind draußen hier irgendwo fucking shit na 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 mal sehen bisschen unheimlich hier das mausoleum sind wir jetzt im fliedhof die statuen sehen ja eigenartig aus hier ist nichts okay hier kommen wir nicht rein ich höre das wimmern eines das sind ja schlimme gestalten eines wolfes oder eines hundes okay scheiße ich muss erst mal hier alles abchecken irgendwie ist das sehr unheimlich hier finde ich ich habe kein gutes gefühl hier was ist das da ist was in der ecke hineinschauen nein wir werden nicht hineinschauen nicht einfach so was ist da oben hm aber man kann hier hin was ist da im Eck bitte aha hier bräuchte man die machete und ein panzer um die tür zu öffnen der machete vielleicht panzer wird schwierig na schauen wir mal uns weiter um okay das ist hier dann direkt verstehe mehr gab es dann auch nicht okay es gibt noch einen weg den wir überprüfen können schauen wir mal da ein bisschen können wir uns ja beeilen aber nur ein bisschen ach immer dieses langsame laufen ist doch nervig dadurch dauert es halt ewig irgendwo hin zu kommen aha interessant was sagt denn eigentlich die karte hier noch weiß knopf da geht es ja noch weiter tatsächlich mein gott das ist schon noch sehr groß oder wir können hier nach recht was ist mit der statue ein engel ein wein der engel okay wo sind wir hier ich habe nicht mal was anders gedrückt also das spiel macht komische sachen man wirklich ich drücke einfach die ganze eine oben wer weiß ob da was ist ich guck mal die ecken rein die sind ja hier sehr schlecht angezeigt okay nichts nichts wichtiges ist das hier die kirche oder was ist das der gebetsraum bronzene schloss silber haben wir bronze haben wir nicht ja okay können wir nichts machen da drin läuft jetzt irgendwie rot also was da wohl ist kann die dunkleheit hier draußen auch auf uns zukommen das steht das sind doch so wie ab das ist ägyptische skulpturen pose hier sind wir ja falsch wir müssen ja hier hoch hier hört man diese komischen geräusche aber es passiert anscheinend doch nichts naja dann okay machs gut jo was haben wir jetzt eigentlich bekommen wir haben einen silbernen schlüssel dadurch können wir weitere türen öffnen probieren wir die mal aus am besten dann werden wir schon noch irgendwelche hinweise finden moment mal hier ist es doch meine güte hier ist es doch what the shit ah wieder der typ was müssen wir noch mal tun haben wir einen fehler gemacht oder hier 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 Ich muss zugeben, dass es echt beängstigend ist. Das dauert sehr lange. Und dieser Typ ist echt nervig. Und sieht echt schlimm aus, muss ich sagen. Oh, Gott sei Dank. Der sieht echt schlimm aus, oder? Hat er uns erwartet, der Kleine. Puh, okay, raus. Okay, raus hier. Ist das ein ekliges Ding. Das hat ja auch ewig gedauert, oder? So lange? So, jetzt können wir fast alle Türen öffnen, bis auf die Bronzen, aber ich denke, dass wir jetzt durch die Silbernen auch einiges finden werden, was hilft. Also hier ist ja zum Beispiel eine Tür, können wir hier rein. Silbernes. Ja, genau, hier zum Beispiel können wir den Silbernen benutzen. So, benutzen. Ja, und jetzt reinlauschen natürlich vorher. Nee, man hört nichts. Okay, passt. Also dieses Level ist riesig, ne? Diese Abtei hier. Ah, hier können wir uns hier stecken. Ja, gut. Gut, gleich mal gefunden. Das ist wichtig. Da ist irgendein wichtiger Gegenstand zum Lesen. Rückseite, nicht? Vielleicht steht endlich mal was Wichtiges da wegen den Kräutern. Bruder Victorino hört nicht auf Gottes lästerische Dinge zu sagen und ich weiß, dass er sich wieder setzen wird, den Korridor zu öffnen, in den wir unsere Brüder eingeschlossen haben. Aber ich weiß auch, dass er seine Schlüssel im Weihrauchfass versteckt hat, sodass ich nur noch holen muss. Ich weiß nicht, was mit unserem Priorpater Malakoyas passiert ist, aber ich vermute, dass der Abt in seinem Zimmer eingesperrt hat, wodurch ihm nur ein möglicher Ausgang bleibt. Die Tür, die zu den Zellen führt. Wenn ich den Durchgang öffne, könnte ich ihn vielleicht befreien und ihn davon überzeugen, die von uns begnadeten Grolltaten wieder gut zu machen. Er ist ein gütiger und vernünftiger Mann. Oder zumindest war er es vor dem Konzert. Allmächtiger Gott, bitte beschütze uns. Jeder, der an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, ist wahnsinnig geworden. Vor allem unser Abt, Pater Aguano. Also diese Namen, ich habe schon meine Schwierigkeiten. Während der nächtlichen Psalme verzerrt sich seine Melodie zu einer Melodie, die der Melodie ähnelt, die der Musiker vor diesen verhängnisvollen Nacht gespielt hat. Die die Musiker, meine ich. Egal, wo ich hingehe, kann ich das verzerrte Echo seiner Stimme über dem Friedhof hinweg hören. Ich muss mit ihm sprechen und ihn davon überzeugen, mir seinen Schlüssel zu geben oder einen Weg finden, ihn in die Hände zu bekommen. Lieber Gott, bitte gib mir die Kraft, mich ihm zu stellen. Okay. Das ist hier wohl eher der Gebetsraum. Okay. Eine Lampe. Können wir anscheinend mitnehmen? Ich glaube nicht, dass wir ein... Wir könnten vielleicht das hier kombinieren. Ja, du schüttest einfaches rein, aber ich meine, okay, hat nicht geklappt. Ach nee, ich Idiot, habe es ja falsch gemacht. Zeit, wohl nicht zu gehen. Ich frage mich immer noch, was wir überhaupt hier... Also wir können nichts machen hier. So sieht es für mich aus. Mit Kombination, meine ich jetzt so. Okay, okay. Hier ist noch eine Tür. Moment, lasst mich sehen. Wie schaut dieser Raum aus? Okay. Eine Versteckmöglichkeit und hier noch... Ach so, 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 so. Ähm, ich mache es mal nur hier kurz auf. Aha. Okay, aber wir gehen dort hinten rein. Heps. Heps. Hier gab es eben noch eine Tür. Keine Dunkelheit zu hören. Gehen wir rein. Wow. Bronze schon wieder. Also, okay. Bronze fehlt uns noch. Hm. Wir können hier nicht mehr machen. Weil da Bronze fehlt. Es gibt aber noch... Hier ist zum Beispiel, glaube ich, eine Silberne. Da sollten wir dann reingehen. Okay, dann wieder zurück. Okay. Ich frage mich, ob dieses Minispiel mit den Spiegeln nochmal kommt. Mit was könnten wir es anheben? Wir haben nichts. Also, ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen können. Es gibt ein paar lose Enten. Und das mit dem Pflanzen hat mich beschäftigt. Ich habe aber überhaupt nichts... Also, ich konnte nichts finden. Und ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wirklich, kein Plan. Wartet mal. Wir müssen jetzt durch den... Moment, vielleicht gehen wir mal in diesen Hof da rein. Da haben wir noch gar nicht reingeschaut. Und dann durch dieses Refektorium. Refektorium. So heißt das Ding schon. Also, gehen wir erstmal in die Mitte hier rein. Das ist ja ein Brunnen. Was ist das? Oder irgendwas tun? Wir könnten irgendwas reintun, damit es sich füllt. Ja, wir haben keine Flasche oder sowas. Was? Ich gehe doch nicht da runter. Das könnte wieder das nächste sein, wo wir sterben. Nee, mache ich nicht. Es sei denn, uns fällt gar nichts mehr ein. Aber nee. Ey. Seit Kapitel 2, seit diesem Blödsinn. Da mache ich das nicht mehr. Schon in Kapitel 1 ist mir dann noch rückwirkend aufgefallen. Gab es ja sowas. Es gab dieses Waschbecken. Falls ihr euch erinnert. Da sich jemand jetzt überhaupt erinnert. Da habe ich dann nicht reingeguckt. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Weil wir haben es ja flawless gelöst. Irgendwas ist hier. Aber wir gehen einfach raus und tschüss. So. Wo ist jetzt dieses Ding? Ah, gleich hier. Nach unten. Und die zweite Tür. Und hätten wir das gemacht, wären wir vielleicht auch gestorben. Also, war eigentlich gut so. War aber Glück. Nein. Joa. Ich muss natürlich erst mal hier das benutzen. Okay. Wir haben immer noch... Ah, ich weiß aber noch, wo ein Schloss ist. Ah, da gehen wir auch noch hin. Hier ist es. Das ist nämlich im ersten Stock. Deswegen habe ich es vorher nicht gesehen. Da müssen wir auch noch hin. Aber erst mal hier. Was ist hier? Das ist ein Zettel. Tagebuch des Abtes. Und die Vorderseite. 5. Dezember 1912. Also noch vor der Katastrophe. Bruder Ernino ist wahnsinnig geworden. Echt jetzt? Eine weitere Tragödie in der langen Liste der Schicksalsschläge, die uns ereilt haben. Wie weit müssen wir angesichts solcher Katastrophen noch gehen? Ernino wollte die Tür öffnen, die Schlüssel noch einmal einsammeln, um das Tor zu öffnen und sie zu befreien. Doch, es war schon nach der Katastrophe. Ich verstehe sein Mitgefühl. Weit weg von den anderen Brüdern. Höre ich nur ihr Schreien in meinen Träumen. Aber er muss es Tag und Nacht hören. Und er muss daran zerbrochen sein. Als er zu mir kam, um mir zu sagen, was er wollte, musste ich es tun. Wenn wir gerettet werden sollen, kann ich nicht zögern. Ich folge den Anweisungen des Todbringers und zog seinen Körper in einen leeren Sarkophag. Jetzt wissen nur Gott und der Tod, wo sein Schlüssel liegt. Hm, das ist natürlich echt schlecht. Den brauchen wir, aber ich glaube, da kommen wir so oder so irgendwann hin. Ja, okay. Schon wieder haben wir eine Versteckmöglichkeit gefunden. Das hier ist der Getreidespeicher offensichtlich. Was zum Anschauen? Nee, das ist, okay. Hier liegt was. Was zum Lesen. Die Motive nicht. Also nicht wichtig für uns. Hier ist doch was. Nichts Wichtiges bisher. Was zum Teufel ist das? Shit, das ist einer aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir können die Schaufel mitnehmen. Ja, nehmt ihn mit. Ich glaube, das können wir machen. Da passiert schon nichts. Granate nehmen wir nicht mit, oder? Nee, ich glaube, da gehen wir kaputt. Das ist, glaube ich, wieder so eine gefährliche Entscheidung. No, 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 no. Wir steigen nicht in den Brunnen runter. Wir nehmen... Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Okay, und zwar, was ich meinte im ersten Stock. Seht ihr hier? Hier, hier können wir nochmal gucken. Da gehen wir jetzt hin. Ansonsten können wir mit dem Spaten vielleicht auch schon ein paar Sachen machen. Na, schauen wir mal. Wird schon, aber das ist ein richtig langes Kapitel. Fällt mir immer mehr auf. Richtig lang. Also wir müssen jetzt... Aha, eigentlich direkt gegenüber. Eigentlich am Pentagramm vorbei am besten. Das ist in der Mitte. Und jetzt wieder das Minispiel, frage ich mich. Oder war das nur einmalig? Wahrscheinlich war es einmalig, weil wir schon eine Trophäe bekommen haben. Dieses Doys, wisst ihr noch? Doys! Ex Magina. Ja, ich stehe vor der richtigen Tür, denke ich. So, und dann hoch. Waren da oben nicht diese Rätsel, die wir nicht lösen konnten? Der Pflanzenmix. Wenn ich jetzt keinen weiteren Hinweis irgendwo bekomme, wenn ich weiterkomme, irgendwie, also... Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Also entweder wisst ihr die Lösung. Oder gebt mir dann einen Tipp. Oder wenn ihr gar keine Ahnung habt, so wie ich. Dann schreibt mir doch, ob ich nachschauen sollte, weil sonst können wir nicht weiterspielen, wenn ich da nicht draufkomme. Ziemlich nervig, aber... Ich habe wirklich meine Gedanken gemacht und bin zu nichts gekommen. Was haben wir denn hier? Aber egal, wir haben unsere Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Hier ist irgendwas zum Lesen. Ich hoffe halt wirklich, dass wir endlich mal... Was finden? Victorino. Abschiedsbrief. Nichts in der Heiligen Schrift kann diesen Ort beschreiben. Ich sehe es jede Nacht und jede Nacht ist alles anders und unvergleichlich pervers. Diese unmögliche Farbe, diese schreckliche Sonnenfinsternis am Himmel. Mein Verstand ist zerbrochen. Nicht einmal der Teufel ist zu so einer boshaft fähig. Denn er würde vor Angst heulen, wenn er sehen würde, was ich gesehen habe. Wahrer Horror. Tod und ewiges Verlorensein sind dagegen eine süße Erlösung. Wenn ich, nachdem ich mir selbst das Leben genommen habe, in einem Flammenmeer erwache, werde ich Tränen der Erleichterung vergießen. Das ist ja schrecklich. Das war ja echt heftig jetzt, oder? Oh, hier liegt wer, oder was? Das ist das Suchen, oder möchte das Spiel jetzt nicht so... Moment. Oh, das ist das letzte Teil. Leute! Die Frage ist, können wir es kombinieren, oder hat er nicht die nötigen Skills? Ja, er hat es automatisch zusammengelegt. Ja, und jetzt? Hilft uns trotzdem nichts, wir haben die Einzelzeile. Ja, okay. Hm, shit. Ich check's nicht. Müssen wir weiter forschen. Was ist denn hier? Aha. Tragbare Toilette. Ja, lass das mal. Die Leichen, ne? Boah. Shit. Irgendwie wird ganz immer mehr fliegen da hinten. Oh Gott. Ah, wir müssen das zusammen basteln. Ach so, wir müssen erst das richtige Teil finden. Ach so, die passen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammen. Voltigieren. Ich kenne das nur vom Reiten. Okay. Lassen wir das mal. Vielleicht finden wir etwas anderes, was vielleicht passt. Hm. Tja, ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was dabei rauskommt. So, ne? Okay, probieren wir mal durch. Vernichten, Alter. Das passt hier nicht rein. Okay. Die Zeichnung ist halt auch nicht gerade super, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Voll nervig. Aber okay, ich habe vielleicht eine Idee. Tja, wir probieren jetzt mal rum. Das kann ja nur Stunden dauern. Ich meine, das ist ja in Ordnung. Wenn ich doch wenigstens nur eins mal finden würde, dann könnte man ja mal... Oh, wartet mal. Ja, das kommt zum Schluss dann. Lasst mich mal voltigieren, ey. Gucken wir uns die Information nochmal an. Oh mein Gott, schon wieder so ein Rätsel. Du wahnsinnig wirst. Aha, da hinten kommt dann das Ding ran. Jetzt sehe ich es endlich mal. Also. Es gibt auch noch dieses eine Teil. Das hier. Das hier sieht aus, es wird sich hier reinpassen. Das ist so wieder viel gemacht. Genau. Das ist schon mal das eine. Gut. Dann. Mit dem hier befestigen. Verstehe nicht. Ich dachte, es müsste hier reinpassen. Halleluja. Komm schon. Hier. Es sieht aus, es würde passen. Hakt sich auch ein hier so. Aber tu dann doch nicht. Du hast du doch nicht. Junge. 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 Du nervst. Du kannst dich anbringen so. Das funktioniert nicht. Das ist eigentlich kein einziges Teil. Das ist so nervig. Ich glaube, das stimmt nicht, oder? Kann man das vielleicht dran machen, wenn man das... Ja, doch. Okay. Man muss die erst zusammenlegen, bevor man dann den Deckel drauf macht. Oh mein Gott. Deswegen ging es nicht, oder? Können wir dann das zweite jetzt drauflegen? vielleicht? So. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich muss das dringend nehmen. Aber es ist halt leider nicht so. Ach so. Die sind nicht auf gleicher Höhe. Moment. Probieren wir dann mal den Kollegen hier. Drehen wir mal. Ja. Weißt du da nicht? Doch. Okay. Genau. Und jetzt den hier. Würde ich dann da hinten dran machen, oder? Ja, genau. So sieht es auf der Abbildung aus. Leute. Wir kommen der Sache endlich mal näher. Böööö. So. Das Ding müsste... Ich weiß nicht, ob es jetzt dran ist. So. 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 Oder andersrum. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Jawohl. Dann würde ich sagen, das Ding... Da oben dran. Hm. Passt irgendwie nicht hin. Dann lassen wir das erstmal. Probieren wir das Teil. Das war ja hier am Ende. Hier, denke ich. Genau. Ja, jetzt muss das da hin. Komm schon. Das machen wir falsch. Das ist... Okay, Moment. Ich schaue mir nochmal ganz kurz an. Wir stehen kurz vorm Ziel. Vielleicht schaffen wir es ja. Moment, nein, das wird anders befestigt. Oder? So wie ich das jetzt gesehen habe, sah das jetzt anders aus. So. Ja, genau. Ja, genau. Und jetzt Deckel drauf. Peace. Hat ein bisschen gedauert. Hahaha. Aber scheint zu funktionieren. Nach Jahrzehnten archäologischer Ausgabe werde ich nicht daran scheitern. Ein chirurgischer Spreizer. Ach so, für den Brustkorb von dem anderen, um den einen Schlüssel zu bekommen. Okay, alles klar. Wie verrückt. Das war schon mal wieder so ein Rätsel, oder? Hahaha. Das Tuch ist mit dunklen Flecken übersät. Ja, es sieht auch ziemlich ekelhaft aus. Aber es... Okay, ist egal. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Wo war das jetzt nochmal? Der ist ja gleich hier hinten. Dann gehen wir doch mal gleich dahin. Dann können wir uns nochmal den Pflanzenmix angucken. Was ist jetzt los? Wir werden verfolgt. Oh, das war schon unheimlich, Alter. Das war ja unheimlich. Dann zuerst ist ein Bug. Und dann habe ich gesehen, das Ding verfolgt uns. Oh, shit. Oh, shit. Fucking shit. Alter. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Hm, naja, wir haben schon noch ein bisschen. Das war schon ein bisschen unheimlich, oder? Ja, hier rein. Okay, wir sind wieder in diesem blöden Ding hier, ey. Mit dem Pflanzen, ey. Ich weiß nicht. Sollen wir das nochmal probieren? Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich habe immer noch keine Idee. Okay, wir machen das jetzt. Benutzt das jetzt bitte. Oh, Jesus. There's no other way, right? Der Anblick bleibt unser Spart. Das ist erst unser erster. Wir brauchen vier Stück. Die Tür da ist ja immer noch versperrt, ne? Ne. Ich weiß nicht, ob wir da durch können, wenn wir den Pflanzenmix haben. Ich bezweifle es ja. Steht hier nicht irgendetwas. Irgendetwas. Hier in den Aufzeichnungen. Irgendwas muss doch stehen. Das kann doch nicht sein, dass die uns einfach so einen Pflanzenmix vor die Nase stellen, ohne irgendeine Erklärung. Das ist die Erklärung. Wir müssen Philogos machen. Aber es gibt hier keine Z von Philogos. Oder? Ich kann das oben kaum lesen. Nein. Es gibt ja kein C. Und C ist Philogos. Aber wie macht man Philogos? Wenn es wenigstens dastehen würde, könnte man ja was zusammen sich denken. Ich probiere es erst gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich schaue mich erst mal weiter um. Und ich glaube, wir müssen den mal langsam lösen. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Hey. Dieses Game. Ah. Ja. Zeig doch mal. Was gibt es denn da für Rezerturen? Hier ist nichts weiter. Ja. Was jetzt, Leute? Da hinten brauchen wir den Bronzenentschlüssel. Den haben wir nicht. Aber mit dem Spaten kommen wir vielleicht da rein. Wartet mal. Wir gehen jetzt mal raus und dahinter. Stimmt. Wir haben ja jetzt einen Spaten. Also wieder eine neue Sache. Tja. Manche fragen sich vielleicht, warum spiele ich dieses Spiel überhaupt noch? Aber versteht mich nicht falsch. Ich finde es schon irgendwo interessant. Ich möchte auch wissen, wie das hier ausgeht. Einerseits. Andererseits mag ich manchmal die Rätsel schon. Vor allem, wenn man sie dann löst. Andere nerven schon. Aber ich bin auch so ein Typ, der ein Spiel auch zu Ende bringen will, was er anfängt. Also das wäre jetzt irgendwie doch falsch, so kurz vor Ende hier das Ganze nicht zu Ende zu bringen. Irgendwie hätte ich ja dann das Gefühl, das Spiel hätte mich geschlagen. Und der Gedanke gefällt mir gar nicht. Aber wir hätten ja auch durchs Kryptorium durchgehen können. Ist auch kürzer. Ach, gehen wir doch da durch. Wenn das mal nicht ein Fehler ist. Ich glaube nicht. Es kommt wieder so ein Alter in einem Rollstuhl und verfolgt uns. Wie verrückt war das? Ähm, ja, und jetzt hier raus und gleich da. Okay. Der Spaten müsste ja gehen, hoffentlich. Er könnte damit die Luke öffnen, aber er wüsste nicht, wie er sie danach offen halten soll. What? Bist du dumm? Bist der dumm? Dieser Typ tut mir weh. Okay. Wo waren wir noch nicht? Ah, da hinten. Warum waren wir da noch nicht? Beim Getreidespeicher vorbei? Da hinten im Schlafsaal? Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, aber ich schaue jetzt mal dahinter. Oh, es wird wieder kalt, oder? So elendig kalt. Ah, wir kommen auch jetzt gar nicht durch die Türen. Ja, die Dunkelheit macht uns Angst. Wow, wow, da war ein Schatten sogar. Am Boden. Die kommen nicht durch, ne? Oh Gott. So ein bisschen glatt. Also, er braucht irgendwas zum Offenhalten. Na ja, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, mit dem Spaten können wir das aufmachen. Würde auch Sinn ergeben, aber irgendwie nicht für ihn halt. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Egal, wir machen weiter. So, wo war das jetzt nochmal? Wenn wir jetzt da nach unten laufen und dann unten angekommen, ist es eigentlich ganz hinten. Da ist der Schlafsaal. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Ernest hält immer noch durch. Tapferer Junge. So, jetzt hier ums Eck. Es gab keine weiteren Schlüssel hier, ne? Ne, ne. Da hinten ist dieser Blasebalk. Aber ich wüsste nicht, was wir verbrennen sollen. Keine Ahnung. Ich meine, wir könnten immer noch in den Bronnen steigen, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja, jetzt sind wir richtig. Da waren wir auch schon, aber was zum Teufel ist da? Ich muss nochmal kurz gucken. Da kamen wir da nicht weiter, oder was war los? Genau, das ist dieser Bereich. Stimmt, da haben wir doch den einen Schlüssel rausgeholt. Wasserventil, okay, reagiert nicht an diese Tür. Ist sie offen? Sie ist offen. Wieso waren wir nicht hier drin? Die habe ich komplett übersehen anscheinend. Rezeptbücher. Oh, vielleicht ist hier irgendwas. Was ist denn hier los? Eine alte Distille. Wisst ihr, was ich da tue? Ich weiß nämlich nicht. Drehen wir mal ordentlich auf. Ne, wenn es zu viel ist, dann tropft es nicht. Ich verstehe. Jetzt ist es gut. Ja, weil da verdampft es ja. Also musst du dafür sorgen, dass es tropft. Ich habe zum ersten Mal Alkohol destilliert. Ist doch ganz einfach. Jetzt kann ich mir einen selbstgemachten, äh, selbstgebrannten machen. Selbstgemachten brennen. Selbstgebrannten machen. Okay, was sagt er dazu? Reines Destillat. Wozu? Wir können damit was verbrennen. Wozu? Da hat er recht. Da hat er recht. Weiß nicht, wozu wir das brauchen. Gift. Okay, krass. Ja, das wäre eine super Idee, ne? Krass. Also haben wir doch noch was geholt. Wozu brauchen wir das Ding? Ich habe keine Ahnung, Leute. Also so, so gar nicht, leider. Hä, Moment mal, hier ist auch noch ein Rätsel da oben, wenn man die Treppen hochgeht, da gehen wir jetzt mal hin. Das ist hier gleich da oben. Hä, was war da nochmal? Hä, ich habe schon wieder einen Überblick verloren. Ist ja auch ein paar Tage her, ne? Muss man auch sagen, wo ich das gespielt habe. Da oben ist anscheinend noch ein Rätsel. Ich habe völlig vergessen, was das ist. Na, läufst du da noch hoch? Er lässt sich wirklich viel Zeit. Okay, ich renne auch nicht. Aber ist mir auch verrückt, das zu machen. Ach so, das ist mit den Türen da, ne? Was steht hier noch, ne? Nichts Besonderes. Ja, gut, wir können ein Schlüssel reintun. Das ist hier. Da müssen wir zum Ende hin. Ja, was können wir als nächstes jetzt überhaupt tun? Wir haben das hier. Ich habe keine Ahnung, warum er es überhaupt mitgenommen hat. Wir haben die Gartenschere, die ich immer noch nicht einordnen kann. Wir haben den Spaten. Wir haben jetzt auch einen destillierten Alkohol. Wir könnten die vielleicht kombinieren. Alles klar. Jetzt haben wir schon mal eine Funktion rausgefunden. Wir haben jetzt eine Lampe. Können wir die benutzen? Du weißt nicht, wie das geht? Du nimmst ein Feuer und zündest es an, drehst vorher ein bisschen auf. Weißt du nicht, wie eine Öllampe geht, Alter? Du bist doch viel älter. Ey, schlimm. Ja, nee, das bringt doch nichts. Wir können nichts verbrennen. Okay, eines. Er macht schon wieder dieses Spiel. Was können wir tun? Woher kriegen wir den Bronzeschlüssel? Jetzt hör doch auf, er dreht wieder oben. Dieses Spiel. Okay. Hoffentlich können wir uns das merken. Da brauchen wir nicht mehr hinschauen. Ja. Wir können das Wasser hier nicht umstellen. Er schaut es sich einfach nur an. Und da hinten, da oben, da brauchen wir alle vier Schlüssel. Da kam er erst ganz zum Schluss hin. Das bringt jetzt überhaupt nichts. Ah, im Schlafsaal war sonst nichts mehr. Wo könnten wir hin? Im Getreidespeicher? Nein, 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 nein. Ja. Das Feuer, da können wir nichts machen. Okay, ich könnte zum Feuer und nochmal zum Brunnen gucken. Ich glaube, dann hören wir für heute auf. Ich hoffe, wir finden noch was. Ah, das ist echt knifflig, Mann. Und das mit dem Pflanzen habe ich nicht gecheckt. Ja, vielleicht könnt ihr mich ein bisschen unterstützen, wenn ihr mir da was sagt. What the shit? Woaah! Woaah! Also das war super stressig, ohne eine Erklärung, ohne eine Erklärung, ich habe auch zunächst falsch gedrückt, bis ich gecheckt habe, dass dieses Ding, das Kreis, das musstest du zuerst drücken und erst nachdem der verschwunden war, konntest du auf 4-Hack überhaupt weiter spammen. Wie gemein, wie gemein, aber wir haben es überlebt. Dann, als ich gecheckt habe, ging es dann schon, aber vorher, boah, wir haben fast abgekratzt. So. Hier ist erst der Verbrenner. Meine Güte, war das ein Stress plötzlich. Wirklich. So. Was können wir reintun? Tu dir. Vielleicht schon. Vielleicht, wenn alles hier niederbrennt. Probier es doch mal. Ich weiß auch nicht, wozu du den Ofen brauchst. Scheiße, das hilft uns überhaupt nicht. Shit. Okay, hilft nichts. Scheiße. Ja gut. Wir haben auch nichts. Anscheinend gibt es keine weitere Erklärung zu dem Pflanzenmix. Ich stehe völlig ahnungslos da. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben wir bestimmt noch übersehen. Klaro. Fragt mich nicht was. So, hier links raus und dann sind wir schon am Brondin. Probieren wir noch. So, here we go. Da ist er. Ich meine, ich wüsste nicht was, aber ich probiere mal durch. Ich selbst den Brunnen steigen? Nö. Benutzen. Benutzt den Verstand. Benutzt den Verstand. Benutzt den Verstand. Okay, wir finden es wohl nicht. Ja, ist gut. Hab ich doch gedacht. Mensch. Ja, ich meine, es ist Quatsch natürlich. Aha. Ja, dann zündst du doch an. Du Depp. Das funktioniert sogar, wenn wir es anzünden. Willst du mich verarschen? Du drüben ist ein Feuer. Er wollte es nicht damit kombinieren. Und jetzt sagt er, ja, zündst du an. Dann könnte ich es ausleuchten. Okay, anscheinend stimmt das. Wir müssen zu irgendeinem Feuer oder irgendein Feuer holen. Wir haben da hinten Feuer, aber irgendwie hat er das nicht so ganz gemocht. Vielleicht schauen wir uns das noch mal ganz kurz an. Das renne ich auch. Das ist mir jetzt echt zu blöd, ey. So lange es dauert hier. Oh, falscher Knopf. Ähm, ja, wir müssen hier rein. Am besten. Gott, hoffentlich kommt nicht noch mal so ein Shit mit diesen komischen Zielskeletten. Ey, wir gehen die meiste Zeit hier noch und trotzdem kommen die halt, ne? Ich frage mich wirklich, ob ich noch weiter gehen soll oder nicht durchrennen soll, oder? Ja, hier können wir schon rennen. Das sehe ich jetzt nicht mehr ein. Also hier hast du doch ein Feuer, Mann. Ja, benutzt den Blaseberg. Ja, Feuer. Verstehst du nicht? Zünd die Lampe an. Ey, das ist wirklich lachhaft. Das sind sogar auch Kerzen. Ja, okay. Wir hören jetzt auf. Ich habe jetzt auch zurzeit keine Ideen spontanerweise, wie wir weitermachen können. Tja, es ist nicht leicht. Ich muss mir meine Gedanken machen, weil ich komme fast nicht mehr weiter. Mit den Pflanzen habe ich keine Ahnung. Wenn es einer weiß, gib mir doch einen Tipp. Und wenn nicht, sag mir, ja, wisst ihr was? Ich schaue danach. Es sei denn, ihr habt etwas dagegen. Gebt mir ein Feedback. Wird mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, Leute. Macht's gut. Und bis demnächst. Ich bin Mike Moff. Peace out.